Du könntest mal richtig voll in den Hals kriegen. Na, hörst du auf? Das ist ein Einzelner, du Arschgeiger. Da brauch ich den Vorsprung, da kann ich mir so ne Scheiße hier nicht leisten. Das ist ein Einzelner, du Arschgeiger. Das ist ein Einzelner, du Arschgeiger. Und lass den Unfug in Zukunft. Mann, 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 ey! Toll, Rundenzelt, aber keine beste! Affenarsch! Mann, 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 ey! Mann, 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 Mann Es ist glücklich, Tony! Ich hab ja von Glück reden, wenn ich den Vorsprung halten kann Seitdem ein bisschen nass hier Nein! Oh, ist das eine Scheißgare! Ich könnte manchmal sowas von... Ich kann mich echt nicht lassen, immer wieder in die Bande zu knallen Und was sollten sie zum Schluss gerade eben? Das hätte mir fast den Sieg gekostet, du blöde... Das ist nicht zu glauben So ein Scheiß nicht normal, sag ich dir ... ... Das ist ein Scheißgann Punkt Ich bin mal gespannt, was das jetzt fällt Ah, zwei Rennen Große Tiefen 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 Gute Tiefen Manfred Die Hör zu, dass du mit den Flams oben bleibst, sag ich dir. Scheiße, von hier war ich nämlich keinen Bock mehr hier. Absolut nicht. Was mit dem hinten hinten passiert. Oops. Ich habe ihn nicht mehr so, dass du mit dem Flamösen herausstabst. Untertitelung. BR 2018 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 Nein, Alter! Ist der eine Zügelung? Komm aus dem Arsch! So eine Schikane, die kann ich sowas von derartig essen? Das geht gar nicht. Wünscht man die einmal nicht sauber und tun kann das eben echt den Sieg kosten. Wuh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020